Tausende Traktoren legen seit den frühen Morgenstunden wichtige Straßen in ganz Deutschland lahm. Aufgerufen hatten dazu der Deutsche Bauernverband, die Landesbauernverbände und die Vereinigung Landschaft Verbindung. Den ganzen Tag über sind Schleichfahrten, Kundgebungen und kurzfristige Straßenblockaden zu erwarten. Im Nordwesten sind mehrere Autobahnen auf- und Abfahrten, wie die Abfahrt Zetel auf der A29, sowie Bundesstraßen wie die B210 in Jever und mehrere Auffahrten entlang der Bundesstraße 72, der Wesertunnel und Straßen rund um Innenstädte betroffen. So auch in der Stadt Oldenburg. Dort sind zahlreiche Fahrzeuge mit Plakaten und Sirenen unterwegs. Auf dem Pferdemarkt in Oldenburg ist für 13 Uhr eine Kundgebung geplant. Der Wesertunnel ist in beide Richtungen seit den frühen Morgenstunden blockiert. Präventiv sind die Schulen im Landkreis Friesland heute Morgen geschlossen geblieben. In der Krumm-Hören hingegen sind heute Morgen mehrere Kinder an einer Bushaltestelle stehen geblieben, da eine ordnungsgemäße Schülerbeförderung nicht möglich gewesen sei. In die Stadt Emden kommt im Bereich Haasweg niemand mehr in die Stadt rein und raus. Landwirte haben die Auricher Straße blockiert, ebenso wie die Einfahrt zu Landstraße 3 in Richtung Hinte vor den Bahnschienen. Nach Einschätzung der Polizei könnten derzeit bis zu 2000 Traktoren auch auf dem Weg zu einer zentralen Kundgebung in Bremen sein. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat die Ampelregierung in Berlin aufgefordert, ihre geplanten Subventionskürzungen für die Landwirtschaft zurückzunehmen. Die Bundesregierung sollte reinen Tisch machen und den Konflikt beenden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017